ARD Text im Auftrag von Funk Scharf? Ja, ja. Es ist eher scharf, aber schön. Der Fels im Morgen ist halt einfach grau. Aber mir passt das. Lieber scharf als rutschig. So they ain't try, I choose the latter. But to be noticed it's nice. High fashion on the plastic bodies. If you have to ask how much it costs, then you should just keep walking. Louis Vuitton, your soul's almost gone. Along with your pockets, but I'm in love with your walk-in. Claws and credit cards. She's a whore for sure. If that one don't work, here's another god. Everybody wants it all, but what does all really mean? When your kids live homeless and you live like a queen, it's like that could be contagious. Damn, it wants some eight shit. Get out the way. You. tattoos Weisst du, was ist das Am Findeste an diesem Projektor? Der einzige Griff, der normal aus wie ein und du sieht, ist es wie der schlechteste im ganzen Morgen. Der Seitgriff. Ja, er hat zuerst den Schrimmeren rechts hergezogen und dann. Er hat dann gewechselt, um zuerst links rauf auf den schlechteren und erst dann rechts rauf. Und dann kommt der Huck. Dann rechte Hand auf die Tiefliste, linke Hand auf den Hof, weg da raus. Zange. Rauf und auf den. Und das war 10 Stunden Zwischengriffe, um zu verlängern. Und jetzt hältst du dich in der Zwischenzeit und zieht links rauf. Es ist schwer, sowieso. Ich denke, 8B aufwärts. So etwas. Und wir schwimmen rein. Ich liebe sich. Und ich liebe dich das ganze zusammen machen. Brrrr! 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 Ich komme schon allein bouldern, aber oft eher mit Freunden. Wir machen eine Session und ich komme kurz etwas probieren. Sie probieren etwas, ja, wie wir bouldern eigentlich. Wir machen eine Session. Wir machen eine Session. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020